So Freunde, wir sind auf dem Weg, um einen kurzen Top-Speed-Test zu machen mit der Honda C-B125F. Aber ich will die noch nicht ganz überfordern. Die hat jetzt 600 Kilometer fast runter. Und dann möchte ich nur kurz Top-Speed machen und nicht die ganze Strecke, damit das schon mal feststeht. Ich mache das vielleicht so ein paar Sekunden und dann, ich habe auch hier mein Handy mit GPS. Wie gesagt, da sind so 4 kmh Unterschied, kann auch 5 kmh sein. Wie gesagt, ich will das jetzt nur mal testen. Und möchte den Motor nicht am Anfang zu stark hochdrehen. So, wir geben Stopp. Und wir fangen mal sofort mit Vollgas an. 90 haben wir schon erreicht. 92 90 Warten wir mal auf einer geraden Strecke. Hier geht es ein bisschen berghoch. Bis wir eine gerade Strecke haben. 91 Und gleich machen wir, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Spiel. 95 Es geht ein bisschen berghoch hier, das Stück. 95 Jetzt haben wir ein bisschen geradeaus. Und es geht gerade. Schaut mal die 100 98 98 98 kmh 94 echte 100 Wir haben die 100 Die 100 Die 100 haben wir erreicht. Nur ganz kurz. Ich will die jetzt nicht zu hoch drehen. Also 100 Topspeed haben wir erreicht. Mit 5 kmh Abzug wären es bei 95 96 kmh 100 100 haben wir auf gerader Strecke erreicht. Hahaha Wie gesagt, 4 kmh, vielleicht 96 kmh Topspeed Topspeed Und natürlich bei 110 kg Körpergewicht. Wir fahren jetzt hier runter. Wie gesagt, ich will die Maschine auch jetzt nicht überhitzen. Eing 1 2 1 1 100 kmh GPS Nautajo Top Speed und das wäre dann halt 96, 95 kmh Originalgeschwindigkeit. Ich glaube, das neue Modell bringt nicht so viel wie das alte Modell von der Honda. Aber es ist okay, es ist vollkommen okay. Fährst du kurz mal über die Autobahn. Ich hätte jetzt auch noch länger ziehen können, aber wie gesagt, die haben erst 600 km runter und dann möchte ich die Karre auch jetzt nicht überfordern. Ich möchte die auch nicht im Arsch machen. Aber ich finde es okay. Also für mich reicht es diese 95 bis 100 kmh vielleicht bergrunter, wäre nochmal 5 kmh mehr gegangen. Aber wie gesagt, es ist vollkommen in Ordnung. Und ist noch orange. Was ist denn hier los? Es ist vollkommen okay. 100 kmh reicht aus. Das war's auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.